an die Community heute sind wir auch das momentan nur zu zweitestabeln L.P. ist momentan verhindert kann erst mal leider nicht mit dazu stoßen aber nicht so trotz wollen wir hier generell noch zwei Arena noch mitmachen 50 Wellen das letzte Mal das ging nicht ganz so ab wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben ein Schuss ein Schuss hat gefehlt das war glaube ich die war das die vierte Welle eh die fünfte Welle war das die letzte ein Schuss hat gefehlt aber das war so ärgerlich das wollen wir zumindest nachholen boah das war wirklich geil also wir werden da noch mal hinlegen wenn dann hier dieses Röntgen dann für euch noch zu sehen sind dann auch schon die ersten beiden Batschen mit online die Kündigungen die Kündigungen die Kündigungen das ist wieder so laut Prozent diese Vorzeigefekt von Lautstern das ist das ist heute gibt es immer gern die dritte man kann es ist die schätze zu tun ein bisschen anders als als dritt weil da müssen wir natürlich jetzt mal gucken, wer sich jetzt riesig anstellen kann, auf jeden Fall ist so, als Rattentiz, wir haben quasi sie mal offscreen, wie gesagt, als Pause hier mal ein bisschen geformt, das heißt man wirklich weitaus bessere Waffen hier vor dem Start, die ein bisschen mehr Bums haben und auch besser reinhauen und damit sollten wir dann zumindest auch hier in Hellbill, ja, also das letzte Mal, die fünfte Welle, ja, ich will, dass sie auch mal bei Kids macht, deswegen, also, das muss ich unbedingt reinziehen, hier auf die letzte Grunde, die letzte Grunde, die letzte Welle, ein Schuss hat, glaube ich, noch gefehlt gegen, 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 ich glaube, ich war das, ja, wir haben das so dermaßen abgelöst, also ich, zumindest zuerst, weil ich hatte da, also zumindest, ja, aus dem Parallel mit Raketenwerfer, ähm, Kopf einzusetzen, somit war ich dann auf der Strafbank, äh, dicht gefolgt, äh, war dann, äh, ich glaube, die oder Tavi und dieser, ich kann hier, ich kann hier, alle, komm, 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 boah, Alter, auch toll, äh, ich hasse diesen Gegner, Das ist jedes Mal so, wenn du ein Gegner abgeschossen hast, dann rennt er weg Und du kannst die dann nicht erwischen Oder die verstecken es sich dann auch noch ganz gekonnt Und da konnte ich natürlich jetzt nichts mehr machen Und ja, gut, du fährst auf den 3.000 Regenern ab und du triffst die nicht Oh, nee, macht das keinen Schaden, irgendwie Nee Na gut, in Borderlands 2 wird es dann sowieso besser werden Und da gibt es dann auch noch viel bessere Arenen Und da werden wir auch alle Achträgen durch und nicht was das Zeug geht Das wird richtig geil Hey, Freunde Hey, was ist denn eigentlich nicht mehr? Ich wollte dich jetzt eigentlich nicht mehr Ich werde jetzt wieder ausfordern Boah, Alter Lass mich doch auch mal bei Alter, was ist Alter, was ist Sekunde, Sekunde Hallo, neiner Ich würde mal sagen, ich wurde ein bisschen aufgeräumt Ne, das war's, oh ja, das war's, echt Du bist voll Ich bin ruhig 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 Wie ist es jetzt richtig Ich bin ruhig Aber jetzt werden wir müssen Ich hoffe, dass wir hier noch random zwei weitere Leute hier noch mit einladen, als wir hier als öffentliches Spiel, das Ganze hier hosten. Naja, die Runde ist ja offen, kann ja noch sein. Ein anderer wobei kein anderer hier, irgendeiner Online, muss es sein. Ist natürlich schon ein bisschen schade, weil gerade solche Arena-Parts, die muss man am besten zu früh machen. Oder ich zumindest. Bei mehr Gegner, mehr Beute. Stärkende Gegner und was für sich nicht alles, aber das hat natürlich schon richtig getan. So, werde abgeschlossen. So viel Munition, aber ich brauche jetzt eigentlich, äh... Ne, Muni, 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 das ist gut. Ne, Muni, das ist gut. Jawoll. Ich könnte mittlerweile ein drittes Waffen aus dem Alter bei mir aufmachen. So viel Munition habe ich jetzt. So, Bustheim! Meintos! Oh, ja. Komm, wir heißen den mal ein. Ja, mein Junge! Ja, ey, was los! Ja, stimmt, ey, kein Problem. Es ist gut. Stimmt. Ja, stimmt. Ich muss erst mal auf ein Sekunde, Sekunde, lass mal. Den war für mich ein bisschen. Ja, da. Frank ist schon wieder. Ja, wo ist doch? Strasse! das ist natürlich dann so im negativen Aspekt. Los, Bloodray! Das ist natürlich ein Raketendorfer, der jetzt 3.000 Schuss hier aufhören. Und einer von dem blüft. Müssen wir mal sehen. Blut! Einmal lacht er nur helllich. Scott. Die kann weg. Doch, die nehmen wir damit. Nächste Welle! Nächste Welle! Vor allen Dingen, du wirst die ganze Zeit runter getätet, aber du hast dir einen Wirkensrohr. Wow, 24! Was wollte ich gerade sagen? Achja, du hast hier an den laufenden Countdown, aber du siehst gar keine Leute hier. schon mal aufgefallen? Da hab ich nicht drauf geachtet, stimmt. Hä? Das ist mir jetzt nicht so beiläufig mit aufgefallen. War das nicht in der letzten Arena so? Ich muss mal dazu sagen, Mad Maxis Underdome war der einzigste DLC, den ich nie komplett durchgespielt hatte. Muss ich mal sagen. Okay. Also, ich hatte eigentlich hier sonst immer als alternativer Chromarex den unbesiegbaren, nachdem ich rausgefunden habe, wie ich ihn richtig besiegen kann. Ich war mit Berserker, also so gesehen, mit Berserker dann auch mal mit Sirene, eigentlich mit Betrieben. Habe ich eigentlich ein Stehendes öfter und hier mal quasi mit abgefahren und hatte dort sonst wie viele legendäre Waffen mit am Start gehabt, das war der Wahnsinn. Und das war dann auch hier im Spielverlauf 2. Also dort, wo dann Chromarex mindestens auf Level 63 dann vorzuwirken ist. Das ist vielleicht. Wir dürfen die Gegner ein bisschen. Was meinst du? Dopen wild ist nicht gut. Dopen finde ich jetzt nicht gut. Weißt du was jetzt kommt? Die Garten! Na gut, ja dobel ist dope. So, komm 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 komm. Wie finde ich denn das? Hast du wieder irgendwo von mir alles? Haben sie gewundert reden, als man sagt man zufüß? Oh, die Arten! Nee! So gut, wie wenig. Kein, der so steht in Haus und aus! Woher hat das Fohlen sind die, die sie. Na, tut du schon nicht. Na, das stimmt schon nicht. Na, das stimmt schon mal, komm! Ach komm komm! Gehen wir hin. Boah, das stimmt noch. Oh, Stupf, da. Oh, Stupf, da. Oh, Plasto! was soll ich schon z.B. Entweder mit Sie mit dem das Sirene oder mit dem Soldaten oder die Kursse der Komite ist und also ich muss mal sagen das ist der einzige Ich weiß nicht, mit dem ist es ein bisschen einfach, weil der hat irgendwie alles. Ich weiß es nicht, wenn du hier quasi Borderlands 2 das erste Mal spielst, oder einer der hier nicht auf Risiko geht, dann bist du eigentlich mit dem Macromancer am besten dran, weil da hast du ja hier Death Cab. Und dann hast du ja weitaus mehr Vorteile, weil du kannst das nicht mit Macromancer hier ein richtig gutes Game, du kannst damit auf einer Stil gehen, du kannst damit hier auf voll die Verteidigung gehen, sogar hier. Und das muss man dazu sagen, meine Lieblingscharaktere in Borderlands 2 kann man nun mal nicht abstreiten, das ist nun mal zum einen der Psycho, der Nahkämpfer, mit dem wir eben auch echt definitiv spielen, das steht schon mal definitiv die Beste. Das wird der zweite Rekke. Nur noch extremer. Ja, nur ein bisschen extremer. Also mit Psycho, damit räumst du sogar jeden Weltpass weg, das ist der Wahnsinn. Und ansonsten ebenfalls ja den Zero, weil den kannst du ja als Sniper, aber auch als einen wunderbaren Nahkämpfer mit einsetzen. Und ja, na, wer heißt der? Der Salvador, der, ganz selber. Aber ansonsten würde ich mal sagen, ich habe zwar auch sehr viele hier gesehen, die hier im Commando gespielt hatten, und ich habe mir gefragt, kann man nicht bitte schon mit dem Commando spielen? Also zumindestens, der scheint irgendwie, ich weiß nicht mehr, der Allrounder zu sein. Und das muss ja alles klar sein, ich weiß nicht mehr, das muss ja auch sein. Und dann können wir das mal ganz vorangehen. Ich weiß nicht mehr, das muss ja auch sein, der Mann ist nicht mehr, das muss ja auch sein. Das muss ja auch sein, der Mann ist bemerkt. Das muss ja auch sein, dass du so everlasting würd andern ist. um wir haben es zu tun auf der Stadt der Bescheid nicht kommen soll die Kürze zu spät 8 ich glaube ich hätte instanz auf den Rücken das war jetzt Mist na jetzt muss ich auch passen ja sie konnte ich bin noch ein 3 Sturz hin und und dieser ist direkt das wiederum viel zu spät kommen als ich die noch heute frühzeitig erwischen ist altbekannte Borderlands Problem und jetzt sie erfasst das System aber noch nicht ja so was kommt jetzt noch ein Mod ach es bleibt bei Musclepots Boss Time wer kommt ist ja Hans und Franz nee Baron Flins da haben wir ihn ja wieder das war noch ein Fertiger das war ein Fertiger dieses war ein Fertiger das war ein Fertiger das war ein Fertiger das war ein Fertiger ne ne Also ich fülle es natürlich auch ein bisschen mit Kacke, dass ich zum Beispiel hier als Liebesnader hier eher der Kacke verhandeln kann, aber komm, das geht ja nicht. Da muss ich aber auf der Tisch sagen, die Musik hier hört auch ordentlich rein, als du sagst, was ist mir los? Also ich grabe auch hier vor dem Winterzimmer, den ich gerade geschickt habe, da muss ich wieder reingezogen. Geil, jetzt geht's los. Jetzt war's. Banate reinwirben. Es gibt hier nichts zu sehen. Ich krieg zwar gratis, es war hier den liebsten Fingerkrebs, aber hauptsächlich der ist dort. Fingerkrebs? Heyo! Heyo! Puffen! Puffen! Mord für den Berserker! 20% Merkabschaden! Oh, Puffen! Goni! Das steht natürlich auch auf Kave, das stehen hier irgendwie, äh, schlecht ausrüsten. Was? Weil, das ist eigentlich auch Kave-Koßbohle. Ich habe ja keine Ahnung, dass du so hochkommst. Alter, du lächst halt zu ihm. Ich habe nicht heilig geübt, das möchte ich mit anmerken. Ja, ich weiß ja nicht. Kopfschuss! Oh! Hm. Gut, mit Kopfschüssen kann ich zwar jetzt nicht gut so operieren, aber auf der anderen Seite, Nahkämpfe verursachen auch immens viel Schaden. Ja. Oh, guck mal, hast du den Arm verloren? Oder hier hast du eher hier ein... Das ist geiles Prothesen. Geiles Prothesen. Okay. So. Einer ist tot. Hey! Gut, ich meine, ich kann zwar hier, ähm, die Gegner zwar nicht per kritischen Treffer äh, aber auf der anderen Seite, wenn ich hier Elementarwaffen habe, brauche ich bestimmt nicht unbedingt hier auf kritische Treffer. Äh. Weil wenn ich den auch so hier auf den Schädel wegstehmer, mal gut, der war das ist meine Ausnahme. Aber ansonsten hat der Oberkörperfeuer, also hier kannst du die zweite Seite damit festhalten. Wir waren Feuer. Ah, bitte schön. Ja, ähm, OP. Und, äh, gut gemacht, die Welle. Wuppi wuppi Frucht. So. Medikation, Medikation. Wellung, Eilung. Sehr schön. Uh. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Ich hab das Gefühl, wir kommen schneller woran zu zweit als zu dritt. Oh. So, hab ich ein SMG? Ich, ja, ich hab eine. Äh. Ja, gut, ich hab, da sind die. Mein Vierer. Oh, ja, das passt ja super. Das ist mir erstmal ein Handgranade zur Begrüßung. Ja, ja. Man kann es mal, klar. Ich möchte ich mal freundlich entarmen, das macht natürlich auch schneller. das ist ja das stimmt so Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin zuhörig auch, obwohl ich so gut wie ich gar nicht geballert habe, aber egal. Oh Gott! Shit! Ich hab, glaub ich, gar keine. Nein, ich hab keine. Oh! Die DSM-G bei der Nähme. Obwohl... Oh! 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 Das ist natürlich auch noch so ohne, obwohl ich ja dann ja 3 Schuss angekommen. Ja. Kein Feuerstatt, trotzdem gut. Jetzt nicht, dass wir warten, bis ich erstmal hier mal Skims mit einsetzen kann. Klaft doch, Mensch! Ein kann man mit möglicher. So, kommt der. Ja, du heimzykischer Warnsinger. Zeig dir mal, wer hier heimzykisch und wahnsinnig zugekass ist. Wer wieser der! Auch da! Und du! Oh, du! Gertrud. Ha, ha! Oh! Oh, faalisch! Oh, ha! Dann, REAL! Und ich brauch medizinische Wohnung! heilung über die emotion wir sind so ein stück zu hoffen so muss ich jetzt kommt gut was weiß ich habe gar nicht jetzt kommen wir mal mit unserer dessen als bullfrog ein wirklich böse uns und es gibt so nicht die Schaden ja das noch mehr und jetzt sind es so hinkommen für mich das ist jetzt Mainz gewesen Ja wo sind die? Die sind so gesehen hier oben auf der Plattform So, da haben wir noch kein Lensmarin oder den Schöhn-Istall-Kügel Oh, das war ja jetzt immer Ach Das ist auch dieser schöne Vorfeld, oder? Irgendwie immer Okay, aber viel von mir Boss-Time Wenn man jetzt kommt Kann nur sein, dass jedes Mal von Badass zur Bosswelle sich das Modifikationssystem sich überhaupt nicht ändert Ja, bis jetzt Oh, Sledge Hier ist der hammerartige Sledge 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 Komm her, du So Ich würde gerne Sein besonderer Schrauben, die du gelegt Du kannst nicht Sledge Oh! Wie auf mir zukommt Ooooo... Oh, wie auf mir zukommt Ja, du musst immer Treffen mit der Waffes Treff Das kannst nich Das ist aber der Hammer-Typ Das ist aber der Hammer-Typ Hammer-Typ Wow Was jetzt gibt es doch nicht eine blaue wir hatten eine blaue, auf einmal nur zu zweit sind ja, na gut, was soll ich, das kriegen wir zuerst ein Schlückchen trinken ja natürlich marital ja, ne, zumbie, zumbie 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 das wird richtig das wird das wird das wird das wird das wird der die 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 ganze Zeit an dem vorbei und trefft er nicht oder was? Ich fing gerade auch nicht. Hinten noch eine Minute? Irgendwo dort hinten, oder? Ja, die fing gerade aber auch nicht. Gut, ich kann sie erst mal nur Kranaden schmeißen. Ja. Nee. Gesundheit. Hinten wieder gesundheit. Sehr gesunde Brücke. Was? Da ist noch ein bisschen gesundheit. Da hast du gesundheit. Gesundheit. Ah, du Scheiße. Ja, das ist natürlich... Als ich schon gesehen habe, Schild ist weg. Ich wusste schon, ob eines Lages kommt das. Ja, das ist nicht gut. Jetzt ist es Zeit für die Glambelle! Ich hätte gerne eine Schrotflinde mit Feuerschaden. Ich... Die habe ich alle... Boah! Ja gut, also ich meine, ich hatte ja noch eine hier... ...die Fightly Fire, aber so noch eine Level 28 und legendäre Waffe. Gut, vielleicht könnte man die auch noch das eine oder andere Mal noch mit einsetzen, aber... ...die würde ich dann eher nur zur Not ansetzen. Weil ich glaube, die... ...weir verkaufen. So. Aber solange es hier quasi nur Gegner sind, die quasi keinen Schild mehr haben, dann kannst du auch... ...löger hier da reinhauen, was das Zeug gehört. Aber wo reinhauen? Hallo! Manns, Marino? Er macht das, er macht das. Es ist doppelt, ähm, der pennt im Dienst. Der pennt im Dienst? Das fällt mir rein. Einen Schuss habe ich getroffen, ne? Das gibt's ja wohl nicht. Das war ja wohl... ...und schon peinlich. Boah. Und wieder keine Schilder, natürlich. Oh, was? Ach du Kacke. Die hab ich auch noch nie gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Die sind jetzt Abzugsgeschichte und wir müssen Gegner killen. Die haben wir gesündheitsfähig bekommen. Die. Ach. Na gut. Oh, 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 oh. Ah, das ist Klingeln. Lange das nicht bei der Bosswelle ist, ist es gut. Alter, wie wäre das denn eigentlich? Eine Bosswelle mit Vampir-Modus. Wollte wieder aufstehen? Wollte die noch stärker sind? Ja. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh! Oh! Es ist eine Art Challenge! Es ist eine Art Challenge! Es ist mir aufgefallen, dass es weitaus weniger Waffen gibt, die kein Elementar haben, als der Schmidt. Ja, also in 1.1 war das immer noch so. Da war es dann noch etwas Besonderes für sich zu haben. Ich bin sicher... Ich wende auch... Ich bin nicht mehr Knurr. Es ist kein Ereizpunkt. Denn ich rieche mal nie. Ich bin nicht mehr von den Oberflüssen. Schön wie das Ausflug der Welt ist. Ich glaube ich bin nicht ganz einfach der Fall. Aber weil es in diesem Auge bringt, das ist eigentlich hier hat man jetzt eigentlich ich hab dann nur noch die anderen ich hab keine Ahnung weil das ist das der Einsatz mit dem den Spiegel gespielt hat quasi mehr auf jeden Fall Elementarbonus das ist natürlich ja eine Premiere die Spanns warum eigentlich Wo, 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 wo. Junge, dann kann man sich aber nicht bewegen. Ich bekomme jetzt die Stichentraube ein bisschen... Es gibt's ja nicht. Nein, ich bin gleich durch. Nein! Gott, schnapp doch! ich hätte jetzt gerade so ein bisschen Wommen Alter ich hätte jetzt gerade so ein bisschen Wommen Alter ich meine das Ding ist so in Bord als 1 da konntest du dich aber gar nicht bewegen wenn du den Modus warst ja dann hättest du mich irgendwo hier nicht nach vorne bewegen und den August noch treffen können ich weiß es nicht ich weiß auch nicht ja erledige sich schnell die Gesundheit deiner Gegner regeneriert sich Pistol Challenge oh Quats wenn du jetzt mit der Pistole ausrüsten aber bis ich mit der Pistole treffe nein Stimmung für mehr Action bitte sehr gut runde fün d das war jetzt ich schließe ich nur eine Welle hören ein bisschen gesündet werden nicht verkehrt wie sie sich muss gut ja, das kommt ja, das ist ja 2 Elemente noch mal Pistole ich rüsse mir doch mal eine Pistole wenn so gut gewünscht wird weißt du was jetzt kommt? die Gattwelle beng, 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 voller frei ja, da ist aber da boah warte wie will ich ja nein ach du kacke warte, warte, warte jetzt kommen sie dir auch vielleicht kriegt er noch ja das gibt sie nicht so alter nein, 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 nein das ist nicht gut das ist der das ist der 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 das die Das ist ein bisschen mehr. Puh! Oh mein! Oh, hallo! Stopp, 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 stopp! Oh, hallo! Oh, hallo! Das wird echt knapp, ey! Ja, ich ahne es schon. Ich glaube, wir werden wohl... ...sach nix, sag nix! Das kriegen wir hin! Okay, das kriegen wir hin! Das kriegen wir hin! Ich bin mal! Ich hoffe, du hast wohl der Schilde! Denn dank der EIN können die Gegner dich fast nicht mehr verfehlen! Äh, kann ich mal was anderes als die Pistel Challenge kommen! Ich werde nicht abgelenkt, aber was anderes davon... ...kommt damit keine Probleme! ...kommt damit keine Probleme! ...kommt damit keine Probleme! Ich... ein klein wenig! ...kommt damit keine Probleme! Na gut, greift da einfach auf unsere Ikon-Laser mit, hä? ...und halt nicht voller Kraft! ...und halt nicht voller Kraft! Robert! Was? Warte! Alles gut, kriechen! Oh nein! Diese EIN-Penner hat eine Handanlage von meinem... Ja! Ich kann nicht... Oh! Was? Hä? Alter, ich schon wieder! Oh man, ey! Den müssen wir zurück kriegen! Können zum noch zwei Runden! Zwei welm! Das ist die perfekte Fähne! Das ist der perfekte Tag! Das ist der perfekte Tag! Um malbald zu werden! Da si schon wieder die Pistel Challenge! Na bitte, brauche ich nicht noch mal! Komm schon, was anderes aus und die Pistel Challenge! das ist das ist das das ist der stück stück Kölfer die Stiftung die Stiftung Fettel Rags, die lassen dann insbesondere auf dem ultimativen Kameragamodus. Nein! Jetzt. Jetzt sieht's aus. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Wo sind die? So, diese Handtüge ist ja bestaucht. Der kann mich das öfter treffen, als er steht. Warte dich, ich bleibe mit der Wahnsinn. Alter, nein, du Pennon! Nein! Oh, das kommt schon nicht. Ja, jetzt rennt er mich noch weg. Nein, meine nicht. So, den habe ich jetzt. Scheiße, hä, wo ist er denn? Da, wir sehen noch. Komm, 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 komm. Alter. Der kleine Pisser hier. Kleiner. Komm, Lisa. Alter. Boah. Läuft zwar nicht gut, aber läuft, ja. Ja. Und das muss ich gerade, ein Pistol-Challenge. Natürlich. Und auch ein Dead-Aim. Und das mit der Boss. Nein, nein, nein. Hab ich doch gesagt. Ja. Also, das bleibt. Ja, ist aber nicht so schlecht. Ja, ist aber nicht so schlecht. Die Stanz. Der Mann verpasst ja aus tausend Metern Entfernung eine neue Riefer. Riefer. Du wirst das Eis heute sein. Riefer. Oh. Oh. Ja, ich frage mich, ob ich wieder wegkomme. Braucht ich mich nicht. Ich bin ein bisschen anders an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen anders an dieser Stelle. Ich bin der neben der Schutzschild. Ja. Boah, was? Ey, was macht der für einen Schaden? Und, da sind wir noch nicht so schlecht. Wofür hat man den Schaden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Und das tut sie. Und das tut sie. Boah. Boah. Oh, ha, ha. Ich hab doch, jeder, ist noch dran. Da ist er. Ah, keiner. Fros, Bloodlare, ich mein, fertig. Okay. so so es wird mit es ist es geschafft mit jetzt sagen wir natürlich die Füße in sich gefallen hat und wir haben auch hinterlassen wir sind noch bis zum nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss.